ja herzlich willkommen zurück zu let's play to humaba ja das erste mal waren wir jetzt hier stehen geblieben auf dem berg haben ein boss besiegt haben irgendwie so ein tana tana island gemacht und warum sind wir alle im freirecken ich hoffe wir können uns noch beiteilen das ist schön weil wenn jetzt gegner kommen dann habe ich ein problem welcome to moria shrine welcome to shorya mini stop it moria shrine is just below if you hop down why the tourists gonna have to jump but seriously are you ready yep go war wrong way yahoo ja jamboni ah nemo country free down oh if isn't if it if it isn't marisa why are you here wo sind wir eigentlich we came from kanako for the kanaka you know the one with the big ass on on basheera's growing out of her back the stubborn fat one that's not very nice stop right there you people so what's up with you patchouli maybe sir what's up with you i think there's something you forgetting you know that should be bare at the mansion ich verstehe die heftige luge eigentlich überhaupt gar nicht ehrlich gesagt come this way oh ancient wind eggnog must eggnog or wind curry of the flame super spicy curry and just a little bit of onion with this i call you out of eternal slumber just as was said in the ancient contract was it all for not um if something did happen would that make this right it verstehe die eigentlich ist wie die loge betonen sei irgendwie lady yazaka in all her wisdom is attempting a process of restoring memories come on already who do you think i am i can't believe this is supposed to be a god what's with these people in their magic squares anyway uh yeah this is an atp demons readings not yet it's not over yet the king of hearts spark in the storm you mix it too much pocky you okay miss marisa what are you doing here click what uh well isn't that out there's nothing to worry about is it really okay to what's fraternize the former enemies of gensukyo sure happens all the time here hail sanee you found any melodies no i haven't found anything i apologize for not being of use what about granny i mean crap kanako yazaka do you want me to kill you and no i have not i hadn't even heard about any of this so great that was completely pointless quickly to africa uh 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 was 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 ich verstehe jetzt absolut gar nicht was hier abgeht momiji wer ist momiji und wer sind diese ganzen charaktere so they will two spielen wuff my colleague is in critical condition after being beaten senseless arf so i have come to take a photo in her place wuff i am a dog let it be known that momiji can take on the head wuff right up everyone it was tough getting here so i want to take a good photo was it pigels wuff and theft man is she really gonna walk back odd she came quite a long way well we don't have time for this nonsense actually i'm not sure if you're busy or have way too much free time but one thing is certain you need to get us some freaking dinner uh we can talk about dinner after you scrolled all fools of irgendwas you do better to request that of a human fool ok ok it's fine just hold on while i make preparations understood captain ich verstehe gar nicht was hier abgeht warum ist da ein metroid ich kann schon sagen wer was warum metroid suddenly metroid was so thick who would put a missile door in a place like that oh lady zobacco you have been so untidy untidy kanano why are they looking on your parents faces hey i'd like to see my parents faces too why do you exerlate uh ding who's ready what the hell are you people teaching her ich verstehe dinner was a war ich verstehe die witzig nicht fortunately there weren't too many cross realities then that night and now to feel the night wind and what i know it's you man it's dusk already lady marisa could you return that yo-yo to me oh sure thanks thanks by the way return to friends yo-yo what up you worried about something what the hell oh marisa lady marisa i finally well a few of my memories have returned and they are all terrible all painful sell things er kommt drauf an in welchen zeitpunkt das jetzt spielt i only telling this to you lady marisa yeah i don't want any more of my memories to return strange isn't it of course there are gonna be bad memories even i've got them like the chairman got kicked out of my house but you know what you can't forget else you lose everything wherever everything you are on set up and gone so what's it matter if you are you have got memories you don't want to remember to jeez you're gonna face me or what's that you've got me patchouli everybody on the side you're just fine thank you even totally out of character matters you can really really puzzle on can't you sure can zap and i just kill like that oh sure right pocky i'm all into this what's this it's a star shaped yo-yo i made it overnight soon as i made it i figured i wouldn't be using it myself but it's just a loan got it you'd better give back later and patchouli i'll into this what's this bookmark yeah and some bookmark need as much of it as you can get after all why on earth are you doing this oh it's a miracle right this lending borrowing business business but it's not the giving and receiving remember it's who's doing it cause after all you gotta give back to them someday i guess you'd call it a link between friends so this means i get a borrow a ton so this means i get to borrow a ton of books in return right patchouli perhaps or occasionally you should return what you borrow from me bye oh so only a few then i'm getting sleepy too see ya have not noticed anything oh and they totally under estimate me perfect huh they have no problem taking the seat hey yes things are coming ино peep nicely he shall destroy the dzzz shortcut r Aaishr plain what are you here for then brett so not even not ge-geigeses click confident understands us is-is that it ich hab's ja irgendwie kommen sollen er kommen sind ha freaking space noise tell you got it guess guess that's what uh guess that's what i do jetzt vermischt ich die musik das ist richtig unangenehm oh breakfast too you shouldn't have you complaining what is something wrong uh this is something very wrong and that one that by me in english a group of angels are happening very near the huggero shrine say what again limo we need you on the scene frontal you've got to track this crime onto its source hey you're coming too and now you don't need to tell me i'm slow but i'm not that kind of slow no charge up let's get going no need to get pushy what's all the noise about i bet i'm gonna be needed for something listen up natori you just turned into a neat don't needs have to be you know young yeah i'm totally in uh in the league ineligible how old i am right uh how old am i how old am i again what was it natori something around 300 anyway marilyn i completed an upgraded version of the r9 and you crashed your sleigh x you were crossed i named it the r9 and d for delta now hurry up and take it right oh a rental it's too cold i'm afraid of aids i ain't going chickens okay bye bye marisa huh you're not coming no i lead the busy life of this blogging on stuff at hardware stores uh okay see ya now go uh yeah uh um uh 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 äh, toll gemacht der hat nur schwein gif 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 bitte sagen wir haben aber drei einspielungen was eh. Wemo. Wie toll ist es wirklich absent-minded. Das ist gut. Wir vergiften den absent-mindeden Kappa, wollen Sie? Äh... absent-minded. Sagt Flint wirklich in den japanischen Klausus, very absent-minded? Er sagt in Englisch, es ist ungebräber, was ist das tasty. We want to give you crazy brother, won't you? Oh, scheidet. Oh, jetzt ist deine... Ding ist aufgetaucht. Oh, jetzt ist in der Folge halt, das ist gut. So, okay, dann gehen wir mal da rein, würde ich sagen. Was hab ich denn jetzt bitte? Was haben wir? Du isst einen Octopus-Shaped Statchers blocken der Path. Äh, übrigens, ah, verdammt, übrigens ein kleiner, kleiner Pond-Fact, dieses Statcher... Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich nichts dran vorbei, so. Ist in der englischen Version, glaub ich, eine Pencil-Statcher, wenn man es täuscht, weil die die ausgetauscht haben. Und daher... Achso, wir sind jetzt... Aha, okay. Wo soll ich jetzt hin, bitte? Ey, ich hab bloß die Wüste, wo ich jetzt hin soll. Haha, haha, haha. Ja, 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 ja. Ja, 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 super. Äh... What is broken? Soll ich jetzt hier hoch, oder was? Keine Ahnung. Ich glaub, einfach mal... Irgendwann aus dem Lick gehen, weil die eh zu schwach sind. Ich glaub, jetzt nehm ich gerne an, wo ich jetzt hin soll, ehrlich gesagt. Hab mir nur irgendwas gesagt. Wie gesagt, die soll zum Hacker oder Schrein. Und dann ist da auf einmal ein Gap aufgetaucht. Aha. Ich bin hier auf einmal rein, ich spreche mal lieber ab. Ja. 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 So. So, wer was late? Aha. Ja, hallo. Ah, welcome. Ja, chill. Woher kann er fallen an, woher ist das Lied? Ist doch mal verdrehen, oder? Ist doch die Einkaufstheorie, oder? Glaub ich. Ja. She appears to have taken heavy mental damage. Ja. Wow. Was soll ich jetzt hier? Äh. Äh. Ähm. 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 Na gut, denn... weiß ich jetzt nicht, wo ich hin soll. Verdammt. Jaaaa. Jaaaa. Ist ja gut. 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 Jaaaa. Damage. Ihr seid ja eh zu schwach, Mann. Meine. Fräse. Ne. Alter. Jaaaa. Jetzt gibt es mehr IP als diese scheiß komische Andréfiche in einem Berg da, wo wir oft drogen waren. So. Einzeltes habe ich keine Ahnung wo ich hin soll. Irgendwie. Jaaaa. Ehrlich. Was ist das denn? Was bist du denn? Achso. Das ist nur das. Da brauche ich wahrscheinlich nicht mehr hin. Geh mich mal. So. Boah. Ich spielte eigentlich mal Vertreibung. Musik. No. Äh. Falsch. Äh. 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 Da mach ich mich ganz auf wo ich hin soll. Oha. Warum stimmst du überall? Oktopus-Statuen herum. Das irritiert ein bisschen. Die weiße nicht wo ich hin soll. Äh. Ich kann trotzdem drauf herlaufen, die bringt bloß nichts. Was ist der Rumslenschen? Oh Leute, somebody is there. These must be the guys. Oh. I see, I have heard the rumors. What a stubborn peep. But yet it's Antony. Zrrrrr. Close near. The so-called God was bzzzzz. Very much correct about living things. If we merely produce a bus, procure their faith or safety, shall we click secure? It shall not be necessary to bzzzzz follow the pig. Alice? Who the fuck is Alice? No way, don't tell me she's our enemy now. Hm. Buller is an enemy. Who of the present day drink of alcohol or beer? Beer. Capsule. Repeat plus 20. Stample of a Shinto-Pris-DI diet. Pfff. Ich will grad was ausprobieren. Determination! So. Ähm. Lass du das benutzen? Ne. Ich wollte schon sagen. Ähm. Primo. Auf jeden Fall. Primo. Die braucht mehr PP zum heilen. So. Darn of the sun. Und bla 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 나 die determination Seht dies wie Gigas Festival Wo kam das der рис? Hier sieht sieht es ähnlich wie wie ausgefüllt Tentacle Cold War Tentakel-Sax! Oh, ja! Oh, Pika-Beam, das ist super. Autsch, Autsch, Autsch! Okay, das könnte schwierig werden. Soll doch nicht mehr werden. Alter, haben die viel AP. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. So, Schuss. Schuss, wie? Alter, Alter. Die sind endlich ziemlich AP. Genau. Level, ja, Bremo Level auf. Und das war's. Ja, super. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen leveln. DC-MC-Shirt. DC-MC-Shirt einzhaft Body. Tondagossa! Cool. Na, aber nicht wenigste. Luca hat die wenigste. Dann kriegst du das auch. Kiegelscharm ist so stärker. Ja, okay. Ah, das Beria-Checke ist stärker. Ah, wenn ich... Ups, nicht für dich. Beria-Checke kriegst du. So, gut. Okay. Aha, aha, aha. Zu viele Wege. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Das drückt das auch viel zu leise. Komm mal her. So. Das ist Distant von Vieh. Das will ich irgendwo her, glaube ich. Das ist nicht woher. Energy-Killer. Smash. Ja, stimmt. Take this shit. Das sind jetzt produziert bestimmt. Ne, okay. Ich dachte schon. Ne, nur Level Up und 300 dp geben. Die sind ganz schön gute dp. Können wir gut farmen. Theoretisch. Sehr gut griten. Wird die vielleicht auch machen, wenn die Folge vorbei ist. echt, dass ich einen幫-deckereinen bin, dann ja morgen halt. Das heißt, wenn ich mich irgendwo heilen könnte,.. Ahh, ah, 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 ihö. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Ja, na, okay. Okay. Ja, jetzt bist du dann. Achso, du bist ein Tate. Okay. Bam, bam. Ja, ja. Bist du dann, smack. Oh. Ähm. Wins. ja ja enter gehämmer ist das eine unendliche map oder was ist das ist nicht gut richtig ich würde sagen mal wie sagt ist das eine waffe ist eine waffe und dafür die ganzen attack punkte wegzugeben ich treue blödsinn irgendwie finde ich daher man ist das auto unbedingt wieder gehalten werden man ist das auto unbedingt wieder gehalten werden ich habe mich verwegt Oh Ich würde sagen ich mache hier eine pause und wert ein bisschen erstmal gucken wo ich hier zurück kann nein danke so jetzt kann ich eventuell ein bisschen gründen damit ich ein paar level krieg level 25 oder so wäre vielleicht nice eventuell fragt sich jetzt nur wo der ausgang war mich heilen kann ist dann also hier okay gut dann gehen wir mal hier lang und hochheilen die beiden sind immer noch da so und ich überlegen ob ich mir ein heil item geben soll dass ich niemanden hindern muss vielleicht besser ja leute wir sehen es dann das nächste mal bei let's play to home aber auf diese leute auf wiedersehen